Ich finde, er sollte nicht zurücktreten. Ich finde, er und sein gleichreichen Clan, sie sollen also weitermachen, denn die Folgen grüner Politik werden jetzt immer spürbarer. Sie werden spürbar für den Mittelstand, Verarmung des Mittelstandes, Deindustrialisierung, Verlust von Arbeitsplätzen und, ganz wichtig, Gängelung der Bürger. Das ist das Markenzeichen grüner Politik. Gängelung vom Bürger. Habeck hat den Bürgern den Krieg erklärt mit seinem Griff in den Heizungskeller. Ja?